Hi, ich bin Günther, bis zum nächsten Mal in der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind hier im Moment mit unserem 5 Pokémon großen Team unterwegs. In der letzten Folge, obwohl war Weedy in der letzten Folge, ja, ja war er, haben sich Weedy und Big Chimedus dem Team angeschlossen. Ich hätte vielleicht Big Chimedus offscreen heilen sollen. Diese zwei Kindergartenkinder, ach, kommentieren wir nicht, was die getan haben. Die Arena hatte hingegen weniger Anspruch. Zudem haben wir noch einen Kampf gegen Charon gehabt. Keine Ahnung, gerade auswendig, wie der in dem Run nochmal umbenannt wurde. Der mit einem Vollipurba stark genervt hat. Und ich würde ganz gerne noch kurz leveln. So ein, zwei Level. Um andererseits zu sehen, was es noch so gegeben hätte auf der Route, wo Big Chimedus gerade war. Und andererseits halt, äh, zum Leveln, ne? Ich merke schon, heute ist mein Commentary on point. Wir müssen gleich so ein paar Keks verfolgen. Habe ich's letzte Folge nicht noch gesagt? Es gäbe sowieso noch ein Legi auf dieser Route. Es gibt auf jeder Route ein Legi anscheinend. Und wir hätten Ho-Oh haben können. Aber sagen wir so, Ho-Oh. Ich soll grad sagen, Ho-Oh müsste Big Chimedus doch eigentlich raustauen können. Ja, einer noch, dann wechsle ich. Die Sache ist nicht. Ich würde zwar noch ein Weatherball überleben, aber kein Dust. Ich hasse Bissi. Den Witz fand ich super. So, ähm. Tschüss, ich denke mal, das reicht. Aber letztendlich wird, äh, vermutlich Big Chimedus sowieso nix anderes als ein Stuntbügel für Chimedra. Ich mein, ich brauch halt nicht wirklich noch einen Wassertüten. Genauso wie ich auch, äh, statt Weedie lieber was anderes im Team gehabt hätte. Ich mach noch ein Pokémon, werd aber direkt auswechseln. Absol. Okay. Also, John Cena, du hast es ja immer entweder völlig enttäuscht oder komplett überzeugt. Das ist doch ein Gegner, bei dem es wieder das Zweite werden kann, ne? Der ist auch schon sauber gelettet. Ähm. Ich hatte nix anderes vor. Absol ist nicht so heavy, jawoll. Ja, reicht noch nicht für'n Level. Also Level 11 will ich schon noch. Ist zwar immer noch wenig, aber... Kapute. Ich weiß nicht, ob Big Chimedus das Downkriege würde, aber... Ich geh wieder auf John Cena. Wir sind zwischen echt gut gelaggelt bereits. Ich hab' das Gefühl, wer ist wirklich hier die, äh, komplette Offensiv-Option? Und das reicht sogar. So, nochmal, ähm, ganz obwohl, wie viele Tränke hab' ich dabei. Irgendwann muss ich ja auch die mal nutzen. Ich hab' keinen einzigen Trank? Was? Ja, äh, dann... Geh' ich mich schon heilen und gucken, ob ich noch Tränke bekommen kann. Weil ich will eigentlich nicht so komplett ohne hier lang rennen. So, ich weiß schon, dass wir jetzt eben zwei, ähm, Kirchenmitgliedern folgen müssen. Übrigens, damit ich das mal anmerken darf. Ich darf Witze über die katholische Kirche machen. Ich bin Katholik. Pfff. Und ich nehm's auch niemandem übel, der es nicht ist, wenn er welche macht. Hä? Äh? Sag mal, hab ich Kot auf den Augen? Hab ich Kot auf den Augen? Bin ich dumm im Gehirn? Was mach' ich hier gerade? Ich bin in jeder Form zurückgeblieben. Das liegt nur an der Wahl, Rosadition. Dumm, ich sag's euch. Äh, ja. Ja, ich wollt' nur gucken, ob da unten überhaupt was ist, aber ich glaub' da geht's dann weiter. Ja doch, da müsst's weitergehen, nachdem wir hier oben lang sind. Ach, die Höhle ist hier direkt. Ich dachte, hier wären noch ein paar Trainer runter. Das ist halt die Sache, jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ich will mich da, realistisch. Komm, aber Trainer. Ich sag's Trainer, nicht Fußpilz. Hallo? Danke. So, komm, geht vielleicht nicht zu sehr ab. Wär ganz nett. Was kann ich dagegen machen? Mein Vorschlag wäre... Tail Whip. Die Attacke ist in dieser ROM deaktiviert. Dragon Rage und Sonic Boom sind ausgeschaltet. Was ist denn das? Aber John Cena kann uns noch mal retten. Aber Big Chungus ist raus. Also bisher war ich eigentlich großteils enttäuscht von John Cena, aber im Moment wird er hier grad so'n bisschen zum Carry. Der hat Karate-Schlag gebraucht. Ja, das erste war mit Abstand das stärkste. Das ist Gucci Junior! Damit ist Big Chungus das zweite Pokémon, das ausgeschieden ist. Wobei ich wirklich nicht einsehen kann, warum genau. Denn ich habe die Attacke eigentlich deaktiviert. So, wir sind zurück. Weedy ist wieder an Stelle 1. Big Chungus ist nicht mehr im Rahmen und nicht mehr im Team. Und ich sollte vielleicht auch drauf achten, wer auf Spot 2 ist. Ne, ne, was laber ich? Wir haben zwar gleich einen Doppelkampf. Sie sind da reingegangen. Äh, du bist bereit, oder? Ja. Aber, bevor wir kämpfen. Das hört sich eigentlich ganz cool an. Was? Was? Günther verfolgt mich überall! Günther ist wieder da! Günther! Schon in der ersten Rendermeiser warst du da! Im Mystery Dungeon bist du immer da! Günther ist überall! 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 Die Sache ist nur die. Schon wieder ein Wassertyp. Aber, Junge, wir bekommen immer Günther! Wie kann das sein? Also, jetzt mal komplett, äh, für die, die wirklich nur dieses Projekt gucken, gar keine Ahnung vom Rest haben. Günther, Kanimani, war das, äh, Pokémon, das ich in meinem ersten Mystery Dungeon Let's Play bekommen hab. Und seitdem so ziemlich das Spirit-Pokémon dieses Channels. Jetzt, zudem haben wir in der ersten Randomizer, die ich gespielt habe mit Emerald, ebenfalls ein Impagator bekommen, dass wir dann eben Günther getauft haben. Günther ist zudem der Hauptcharakter meiner Fan-Fiction-Reihe Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Und jetzt kommt er auch in diese Challenge. Beten wir, dass er nicht so ein trauriges Ende haben wird, wie in der letzten Randomizer-Naslog-Challenge, als er von einem Plussel von Team Aqua gewonshottet wurde. Günther ist überall. Günther ist wie Thanos. Unabwendbar! Eine Nasslog-Challenge ohne Günther. Fast dasselbe Nix-Hertal wie vorher Big Chang'e ist. Das muss ich noch was dran tun. Und Wheely hat ein bisschen Damage genommen. Aber ja, wir... Ich geb auch Günther mal ein. Ich überleg grad, ob ich vielleicht sogar lieber Günther vorschicken soll. Oder Lorbeere hatte schon länger keinen Ausstieg. Doppelkampf zusammen mit Sharon und Günther kommt nach dem Kampf in den Rahmen. Und ich dachte, es gibt jetzt einen Doppelkampf, ähm, in dem ich und Sharon im Team gegen beide kämpfen. Aber anscheinend kümmern wir uns da einzeln um. Das macht beides nicht viel. Ich poker sowieso auf den Crit. Ja, der senkt jetzt einfach meinen Angriff in die Hölle. Dann senk ich deine Verteidigung! Dann nicht Günther, raus! Und die rein! Ja, er senkt wieder Angriff, aber das krieg ich locker hin. Ja, das war's! Das war's! Leute! Das ist Mann-Jacqueline! Ich mein Trans-Ride! Oh! Warte, es ist jetzt ein Doppel! Jetzt ist ein Doppel! Bitte sagt nichts, ihr seid so krank wie der letzte Doppel! Ich sag's so, es sind jetzt nicht die allerschwächsten Gegner. Ja, er hat immer noch sein Vollie-Poo, aber das ist natürlich Kacke. Die Ekligen gehen beide auf, Günther. Cooly-Dra. Ich werde Günther, oh, also, ne, als ich sagte, Günther kommt nach dem Kampf im Rahmen, dachte ich halt, es gibt dann ne Pause, aber dann ist es halt bei der nächsten Pause, die ich hab, ja, Vollie-Poo, aber kassiert halt von den Attacken weniger als ich dachte, muss ich sagen. Jawoll! Vollie-Poober tankt gut und hat ein Item! Aber, wie war es dir eigentlich, müsste das komplett random sein, dass er wieder ein Vollie-Poober hat. Oh! Sharon! Ja, das ist schön für dich. Die habe ich nicht angegriffen. So, der schlimmere Gegner ist raus, Günther kriegt ein Level. Ich wollte gerade sagen, ich denke zu zweit schaffen wir das. Ich nehme es zurück. Meine Hilfe braucht voll die Tour bei der Garten. Günther, noch ein Level. Bis. Bis ist immer eine siebte Sache. Wir haben die Männer Jan, äh nicht Jan, Leo und Christine besiegt. Ich meine, äh eigentlich ist die katholische Kirche doch die Letzten, die an Translates denkt. Ich meine, ich weiß, das ist mies. Ich weiß halt nicht, ob diese Höhle irgendwas noch bietet. Ob die vielleicht sogar später nochmal wichtig wird. Aber was ich weiß ist, ich will in die Stadt. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr aufgeregt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Leute wie ein Böbel gemacht habe. Ich weiß nicht, ob der fachlos ist. Ich weiß nicht, ob ich sie einen Böbel machen muss. Ich weiß nicht, ob ich diese Höhle American hätte einfach nicht Teilen gehen wollte ich nicht, denke ich, na. Ist er jetzt tatsächlich schon momentär seit dem Cut, deswegen muss ich mich kurz wieder einfinden. Jetzt wird's dazwischen gekommen. Und ein bisschen muss ich mich beeilen, weil ich ja regelmäßig Cuts setze und noch eine Folge eigentlich aufnehmen wollte gleich. Aber in einer Stunde muss ich fertig sein. Weil dann Online-Unterricht in Mathe. Jeee. Ihr könnt euch meine Begeisterung vorstellen, wobei ich sagen muss, gestern hatte ich auch schon mal. Ist tatsächlich nicht so schlimm, wie ich's von Mathe gewohnt bin. So, das hier ist leider keine neue Route. Günther steht noch vorne. Und bleibt's auch noch mal. Was ich hier hatte beim letzten Mal in der Nähe, wäre ein Reggie, das, was ich nicht mehr fand, da ich da, ja, die P-Karten mitgerandomized hatte. Ja, nicht so schönes Match. Und mein Headset hat sich in meinem Spielverhalten, danke dafür. Ich glaube nicht, dass Günther hier groß was anfangen kann. Vor allem, da er speziell halt deutlich schwächer ist. Das ist immer das große Problem an Impergata. Dass es speziell so viel schwächer ist als physisch. Es gibt aber kaum physische Wasserattacken. Aber hier gerade, das Gegnerisch für Pokémon spammt Herdner. Aber was bringt ein Herdner groß, wenn ich speziell angreife? Auch wenn mein Spezialangriff vielleicht nicht der klassisch ist. Und somit abwüntert das zwar ein bisschen schleppend, aber doch relativ locker. Und das war schön Erfahrung. So neu ruhtest das Video sagt nicht. Das heißt, ein Counter dürfte ich mich fangen. Ich habe einen Schlüsselstein. Stimmt, habe ich eingeschaltet überhaupt. Das, also die Standard Art ist schon, ja? Das ist, äh, Krüppuksstein. Du willst aber nicht schon wieder campen, oder? Der erklärt mir nur, dass da Doppelkämpfe in dem Kampf, in dem Gras getriggert werden. Gibt es da ein Item? Hallo, erstmal. Ich weiß noch, dass ich das letztes Mal zum Leveln genutzt hatte, um was zu entwickeln. Ja, okay, das schafft Peter, denke ich mal auch. Ich würde auch sagen, wir machen halt, äh, diese und die nächste Folge nicht so lang, damit das zeitlich auch klappt, schön. Das heißt, wir werden vermutlich relativ gleich schon beenden. Günther Level 15. Das dauert ja nicht so lang im Leveln. Genau gesagt geht das so im Leveln, dass ich jetzt definitiv wieder Weedy anstelle eins nutze. Und dann, sobald Weedy ein paar mehr Level hat, äh, mal wieder Lorbeere. So, nerv nicht. Das größte Problem wäre, wenn ich jetzt nicht flüchten könnte. Das wäre es nerv nicht sein Opa. Das ist nerv nicht sein Opa. Es scheint aber auch noch keine Feuerattacken zu beherrschen. Was ist das jetzt schon wieder? Medici? Ja, halt halt Spezial-Effekte da. Und die da hatten Reggie-Stil, soweit ich weiß, und war richtig... ...belastend beim letzten Mal. Oder war das schon der Typ da hinten? Ich weiß nicht. Geht mir mal ein, wie war's das? Weil mich ließen die ja auch alle gleich, die mich so geschwiggert haben. Das finde ich immer noch. Wie kann das passieren? Ah, das ist allerdings nicht so schön. Und da merkt man jetzt was. Kepa, Kampf, die Richtung... Was hab ich da hier groß? Am ersten, denke ich mal, wird John Cena das hinbekommen. Seismic Torx weiß ich gerade nicht, wie es hier... Ich glaub, das ist ne Attacke, die so viel Schaden macht, wie eben das Level. Das könnte hier sehr knapp werden. Nein! Das tötet, das tötet, das tötet, das tötet. Das hätte echt jetzt ganz kritisch werden können. Spoin. Das kriegt Lady hin. John Cena, geh da sofort raus. Ja, ein Problem. Kurz ein bisschen Erfahrung. Ich weiß noch, wie panisch ich hier dann... Äh, okay, für Arzois. Wie panisch ich hier dann in die Stadt gerannt bin, weil mich das komplett zerstört hatte. Und du bist dann auch der Letzte für heute. Okay, der erste Gegner... Der wäre zwar ganz schön, wenn ich da, ähm... John Cena nutzen könnte, aber... John Cena nutzen könnte, aber... Mogelhieb habe ich aber gar kein Bock drauf. Richtig ekelhafte Attacke. Schöner Damage. Dass das Ding auch spiedet mir. Das dürfte ich ja nicht töten, im Normalfall. Danke. So, nur muss ich Willy auch jetzt wechseln. Das ist halt jetzt so der eine Vorteil. Wenn jetzt wieder was rauskommt, wo ich Pflanze gegenbräuchte... Dann... Es kommt was, wo ich Pflanze gegenbräuchte. Aber da habe ich dann eben noch mein zweites Pflanzen-Pokémon. Ich hoffe jetzt einfach, dass das Ding auf dem Level noch keine Eisattacken beherrscht. Das könnte sonst kritisch werden. Jo, schön. Noch einer und tschüss. Bukzoki. Ja, macht nix. Das war's. Lord Blood kickt ein Level. Sogar fast zwei. Und das war's mit der heutigen Folge von Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke Challenge. In der nächsten Folge begeben wir uns in die nächste Stadt. Und ich glaube, geht's direkt in die Arena? Ich weiß nicht mehr. Weiß allgemein ab der zweiten Stadt nicht mehr wirklich was im Spiel abgeht. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Bis dann und ciao.